Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Hallo und willkommen. Heute ist Montag, der 9. Oktober. Ich bin Clemens Benke. Hamburg Aktuell, das ist euer Hamburg 2 News Podcast und bei uns bekommt ihr die wichtigsten Hamburg-Themen, Montag bis Freitag, immer um 17 Uhr. Fassungslosigkeit, Entsetzen herrscht auch zum Wochenstart bei vielen Hamburgerinnen und Hamburgern, natürlich auch bei der jüdischen Gemeinde in unserer Stadt, nach diesen brutalen Angriffen der Terroristen der Hamas auf Israel. Auch bei uns in der Stadt fährt die Polizei jetzt vermehrt Streife vor jüdischen Einrichtungen, das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Und bei uns in der Stadt hat es anders als in Berlin, Gott sei Dank, muss man sagen, auch keine Jubelfeiern nach den Terrorattacken auf Israel gegeben, das sagt die Hamburger Polizei. In Berlin hat das palästinensische Netzwerk Samidun den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am Samstag gefeiert. Man kann sich das kaum vorstellen. Da wurden auf der Sonnenallee im Berliner Stadtteil Neukölln Süßigkeiten verteilt. Und ich finde, das ist außerordentlich irritierend, dass den beiden umstrittenen Documenta-Kuratoren der Hamburger HFBK hier in Hamburg das offenbar gefällt. Auf dem Instagram-Account RealDocumenta haben sie einen Clip der Freudenfeiern zum Terrorüberfall auf Israel geliked. In Hamburg hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft für heute zu einer Solidaritätskundgebung jetzt um 18 Uhr auf dem Hamburger Rathausplatz eingeladen. Ich werde auch gleich mal rüber gehen. Vorher gibt es noch mal einen Talk mit Matthias Adler vom Hamburger Tagesjournal. Auch zu diesem Thema und zu den anderen Themen, die unsere Stadt sonst noch beschäftigen in dieser Woche. Jetzt haben wir hier erstmal unseren Hamburg-News-Überblick. Um den Überfall auf einen Geldtransporter in Bildstedt am 31. Dezember letzten Jahres aufzuklären, hat unsere Staatsanwaltschaft jetzt eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Bei dem Überfall am Morgen des Silvestertages hatten drei Maskierte den Mitarbeitern eines Geldtransports vor einer Commerzbankfiliale in der Möllner Landstraße mehrere Geldkassetten sowie eine Dienstwaffe geklaut. Vorher hatten die Kriminellen die Sicherheitsangestellten mit Reizgas besprüht. Nach der Tat waren die mutmaßlichen Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe geflüchtet. Wenn ihr also etwas wisst oder gesehen habt, meldet euch bitte bei der Polizei. Vor einer guten halben Stunde ist der Regierungsflieger von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron auf der Landebahn des Airbus-Werks in Finkenwerder aufgesetzt. Im Gepäck hat er sein Kabinett und den festen Willen, bei dem Treffen mit der deutschen Regierung hier in Hamburg das gemeinsame Klima zu verbessern. Vielleicht ja sogar beim Franzbrötchen-Frühstück morgen früh im Hotel Louis C. Jakob. Macron und unser Kanzler Scholz treffen sich hier heute und morgen, Carolina. Und sie bringen ihre Minister mit. Sie kommen hier in der Stadt zu einer zweitägigen Kabinettsklausur zusammen. Zum Auftakt der Klausur ist eine gemeinsame Besichtigung des Airbus-Werks in Finkenwerder vorgesehen. Auch eine Hafenrundfahrt steht auf dem Programm. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den industriellen Wandel, die technologische Souveränität Europas, die EU-Erweiterung und die Afrika-Politik gehen. Überschattet wird das Treffen vom Angriff der Hamas auf Israel. Ja, hier sind sich die Regierungschefs aber schon mal einig. Beide haben die brutalen Angriffe der Hamas verurteilt. Danke, Carolina. Im Mai hatte ein 29-jähriger Mann in Blankenese seine Mutter brutal getötet. Heute ist das Urteil gefallen. Nochmal du, Carolina. Wie ist es ausgegangen? Ja, unser Landgericht hat den Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er sei bei der Tat im Mai schuldunfähig gewesen. Die Richterin sagte, der Beschuldigte habe eine Schizophrenie, die durch übermäßigen Cannabiskonsum in jungen Jahren begünstigt worden sei. Und er stelle eine Gefahr für die Allgemeinheit dar. Nach Überzeugung des Gerichts hat der Mann im Mai im gemeinsamen Haus seine Mutter erst gewaltsam zu Boden gebracht, sie gewürgt und ihr schließlich mit einer 26 Kilogramm schweren Zimmertür mehrfach auf den Kopf geschlagen. Die Mutter war dann an diesen Verletzungen gestorben. Aufgrund seines Warns hatte der Sohn sie für eine ferngesteuerte Roboterhexe gehalten. Vielleicht sollte die Bundesregierung die Legalisierung von Cannabis doch nochmal überdenken. Wenn ihr normalerweise die U1 benutzt, könnte es ab heute etwas komplizierter für euch werden. Denn in der U-Bahn muss eine sicherheitsrelevante Entrauchungsanlage eingebaut werden. Und weil dafür Vorbereitungsarbeiten nötig sind, fährt die U1 seit heute etwa einen Monat lang nicht zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof. Dazu kommt noch, dass im Bereich Garstedt eine marode Lärmschutzwand erneuert werden muss. Also fährt zwischen Norderstedt Mitte und Garstedt nur ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt. Und zwar ab sofort immer montags bis freitags zwischen 9 und 15.30 Uhr. Diese Arbeiten dauern bis zum 27. Oktober. Diese unter anderem Meldungen des Tages für die jede Stunde immer um halb. In Hamburg aktuell tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Was ist diese Woche in Hamburg wichtig, Clemens? Ja, das bespreche ich jetzt mit Matthias Adler, dem Herausgeber des Hamburger Tagesjournals. Matthias, hallo erstmal, grüß dich. Hallo Clemens, grüß dich. Matthias, natürlich wird uns auch der brutale Terrorangriff durch die Hammers auf Israel mit den vielen toten Zivilisten in dieser Woche auch bei uns in Hamburg beschäftigen. Und du hast ja in deinem Tagesjournal heute schon beschrieben, dass es bei uns in der Stadt, anders als in Berlin, Gott sei Dank auch keine Jubelfeiern nach diesen Terrorattacken gegeben hat. Likes zu den pro-palästinensischen Freudenfeuern in Berlin, die gab es allerdings auf einem Instagram-Kanal, dann aber doch bei uns in der Stadt. Und zwar nicht von irgendjemanden, sondern von zwei sehr umstrittenen Kuratoren der Hamburger HFBK. Wie sind denn da die Hintergründe? Naja, das indonesische Künstlerkollektiv Ruangrupa hat die letztjährige Documenta kuratiert und da sind antisemitische Symbole auf Kunstwerken aufgetaucht. Das gab einen Riesenskandal. Trotzdem haben zwei Künstler aus dieser Gruppe eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künstler in Hamburg bekommen. Das war damals sehr umstritten. Sie haben gesagt, sie seien keine Antisemiten. Die HFBK wollte Räume für differenzierte Aussagen öffnen und genau diese beiden haben jetzt eben die Aktion in Berlin da geliked, was nun eben doch zum Schluss kommen lässt, dass sie Antisemiten sind. Und da ist die HFBK wohl den Leuten ziemlich auf den Leim gegangen. Ja, die Vermutung liegt nahe und das ist anders genug, um da auch nochmal nachzuhaken. Jetzt haben, Matthias, die Hamburger Parteien auch ihre Solidarität mit Israel bekundet und der Hamburger CDU-Chef Dennis Thering hat in diesem Zusammenhang nochmal die sofortige Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg gefordert. Also das IZH, da wird ja auch viel diskutiert und gab es in der Vergangenheit auch immer schon Diskussionen. Macht das Sinn? Das macht schon Sinn. Das will ja offensichtlich auch jeder. Also das IZH geschlossen werden soll, das ist eine Förderung, die man fast täglich hört. Die Blaue Moschee soll ein Außenkosten des iranischen Regimes sein. Das ist relativ klar. Auch der Bundestag oder die Mehrheit im Bundestag hat sich dafür ausgesprochen, das zu schließen. Das liegt jetzt im Innenministerium, aber offensichtlich geht es da nicht voran. Warum auch immer. Das sind wahrscheinlich rechtliche Fragen, die dann noch geklärt werden müssen. Denn das IZH ist eine extremistische Organisation. So steht es ja seit Jahren auch immer wieder im Hamburger Verfassungsschutzbericht. Absolut. Absolut. Jetzt gleich um 18 Uhr wird es eine Solidaritätskundgebung auf dem Hamburger Rathausmarkt geben. Dazu hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft bei uns in der Stadt aufgerufen. Genau. Matthias, ein weiteres Thema natürlich, das wir vom Wochenende jetzt in die Woche mitnehmen, das sind die Aufarbeitung der Wahlen jetzt in Bayern und Hessen. Haben dich die Ergebnisse eigentlich in irgendeiner Art und Weise überrascht? Nicht wirklich. Das ergab sich eigentlich schon durch Umfragen im Vorfeld. Das ist ganz eindeutig, dass die Parteien der Ampel abgestraft werden. SPD hat stark verloren. FDP hat es jetzt in Hessen gerade nochmal geschafft, drin zu bleiben. Grüne haben auch verloren. Auf der anderen Seite gewinnen CDU und AfD stark dazu. Das Hauptthema ist offensichtlich die Sorge um zu viel Migration. Das ist ein Thema, was offensichtlich die Gesellschaft wirklich bewegt. Ja, absolut. Das können wir auch nicht ignorieren. Wie sind denn die Reaktionen unserer Hamburger Politiker auf die Ergebnisse? Was wissen wir da? Naja, die sind natürlich relativ erwartbar. CDU-Landeschef Dennis Thering freut sich, dass sein Kollege in Hessen deutlich zugelegt hat. Auch Nockermann von der AfD begrüßt natürlich, AfD hat in Bayern und in Hessen jeweils um die fünf Prozentpunkte zugelegt. Das sind die zwei der nächsten Parteien, ne? Genau. Bei den Ländern, Bundesländern. SPD findet die Ergebnisse gruselig irgendwie. Die Grünen sind noch so halbwegs durchgekommen, irgendwie so minus zwei Punkte. Linke ist in Hessen rausgeflogen. FDP, wie gesagt, gerade nochmal drin. Also es ist wirklich eine Abstrafung der Handel gewesen. Ja. Inwiefern sind diese Ergebnisse der Wahlen jetzt vom Wochenende in Hessen und in Bayern denn wichtig für die nächsten Bürgerschaftswahlen bei uns in Hamburg? Die stehen ja jetzt auch an 2025. Gibt es da irgendwelche Signale, die auch für uns hier in Hamburg wichtig sind? Genau. Es gab in der letzten Woche mal wieder eine Wahlumfrage. Die hat jetzt nicht so ganz den Standard von Telefonumfragen, aber zeigt zumindest doch, denke ich, ein paar Tendenzen auf. Und das ist genau das Gleiche, was wir gerade besprochen haben. Danach würde die SPD in Hamburg, die hatte hier 39 Prozent, würde jetzt nur noch auf 24 Prozent kommen. Auch die Grünen verlieren so zwei, drei Prozentpunkte. CDU legt um zehn Prozentpunkte zu. Und die AfD kommt auf 13 Prozent. Das hat eigentlich vor ein paar Monaten auch nicht gedacht, dass die AfD in Hamburg so viele Prozente machen würde. Also das ist ein Bundestrend und da wird sich der Senat viele Gedanken machen müssen, wie er das abwenden. Das bleibt spannend, kann aber in einem Jahr schon ganz anders wieder aussehen. Absolut. Das ist noch eine Weile hin. Aber es gibt da im Moment so ein paar Tendenzen in einer Politik, finde ich. Die sind schon sehr, 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 sehr dominierend. Matthias, wir haben heute hohen Besuch aus Frankreich bekommen, unserer Stadt, von Staatspräsident Emmanuel Macron und seinem Kabinett. Du hast heute so schön geschrieben über die Hamburger Franzbrötchen, die damit auch zu tun haben, mit diesem Besuch in deinem Tagesjournal. Welchen Zusammenhang gibt es da? Warum werden da Franzbrötchen gereicht? Die gibt es ja auch nur in Hamburg, ne? Die gibt es nur in Hamburg. Naja, das soll ein ganz neues Format werden, dieses deutsch-französische Treffen. Das soll relativ locker zugehen. Man wird sich bei Airbus treffen, dann fährt man über die Elbe und da will man mit Fischbrötchen und Franzbrötchen einen lockeren Dialog einstarten. Franzbrötchen ist ja, wie du sagst, so eine spezielle Hamburger Geschichte, aber hat eben auch die Tradition in der Besetzung Hamburgs durch Napoleon vor 200 Jahren. Das ist halt so eins der Dinge, die da noch hängen geblieben sind. Also mal sehen, was bei diesem Format rauskommt. Im Hotel Luis Jakob in den Städten, da will man mal in einer ganz anderen Art und Weise miteinander sprechen, will auch über die EU sprechen, die Bürokratieabbau. Das Thema jetzt vom Wochenende wird natürlich auch eine große Rolle spielen. Also da wird der Blick aus Deutschland heute sehr auf Hamburg gerichtet sein. Also Bundeskanzler Scholz trifft sich mit seinem Amtskollegen, mit Emmanuel Macron bei uns in der Stadt hier in Hamburg in eine lockerer, ein bewusst lockerer Atmosphäre, um da Spannungen auch abzubauen. Da bleiben wir natürlich auch dran und berichten noch mal, was dabei herausgekommen ist. Morgen wird unser langjähriger Polizeipräsident mit einer Feierlichkeit verabschiedet, Ralf Martin Maier. Was meinst du, welchen prägenen Fußabdruck hat er hinterlassen bei uns in der Stadt? Also ich denke an einen recht großen. Maier war lange dabei, fast zehn Jahre. Er gilt als sehr beliebt bei der Polizei. Ich persönlich muss sagen, ich habe ihn auch immer sehr, sehr beschätzt. Er hat die Polizei neu ausgerichtet, hat ja damals mit als eine der ersten Aktionen die Soko Castle gegründet. Und damit ist ihm gelungen, die Einbruchskriminalität deutlich runterzufahren. Er hat die Polizei neu ausgerichtet in organisatorischer Hinsicht. Ich denke, das hat er alles gut gemacht. Aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch das Thema G20, wo er gesagt hat, in zwei Minuten sind wir an jedem Ort der Stadt. Aber er konnte nicht verhindern, dass sie die Elbschussee abgefackelt haben. Auch neulich seine Auslassungen zu den Anschlägen oder zum Anschlag in Alsterdorf, dass die Polizei da im Vorfeld alles richtig gemacht hat. Auch das ist ihm auf die Füße gefallen. Aber ich finde, da muss man anerkennen, er gibt ja wenigstens zu, wenn er Fehler macht. Und das finde ich ist schon sehr, sehr ehrenhaft. Und wie gesagt, morgen wird er verabschiedet. Und dann kommt Frank Schnabel, er wird neuer Präsident werden und mal sehen, was dann passiert. Frank Schnabel, ein Nicht-Hamburger, muss man vielleicht auch nochmal sagen. Genau, er kommt aus Köln, gilt aber als sehr, sehr versiert. Also auch Mayer, ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, ist da sehr überzeugt, dass er dann einen guten Nachfolger bekommt. Hier bei Hamburg Aktuell gibt es dazu ein spannendes Gespräch mit Ralf Martin Mayer. Meine Kollegin Carolina Koplin hat das mit ihm geführt. Das ist die Folge vom 26. September von Highlights und Berufsrisiken. Hamburger Polizeipräsident Zack, auf Wiedersehen. So heißt diese Sendung vom 26. September hier bei Hamburg Aktuell. Könnt ihr nochmal reinhören. Matthias, einen für die Studierenden in unserer Stadt nicht ganz unwichtigen Termin möchte ich hier nochmal reinschieben. Den haben wir am Donnerstag. Das steht pünktlich zum Wintersemester. Allerdings muss man auch dazu sagen, mit zweijähriger Verspätung der Philosophenturm der Universität offiziell wieder zur Verfügung. Das hat die Wissenschaftsbehörde mitgeteilt. Also ursprünglich sollten die 2019 war das bereits begonnenen Arbeiten an dem 14-geschossigen, denkmalgeschützten Hochhaus zum Wintersemester 2021, 2022 abgeschlossen sein. Da gab es aber immer wieder Verzögerungen. Also das Ding war jahrelang eingepackt. Grund war überraschend schlechte Bausubstanz. Da musste einfach immer wieder nachsaniert werden sozusagen. So und jetzt kann man da wieder studieren, lernen und lehren im Philosophenturm an der Uni. Das ist doch schön. Matthias, was steht am Wochenende an? Ja, am Wochenende beginnen die Erbstferien, wo sich die Schüler freuen. Und auch viele Hamburger werden die Zeit nutzen, um in den Süden zu fliegen. Kreta, Mallorca und die Kanaren stehen da im Fokus. Der diesjährige Sommer war ja ziemlich verregnet in Hamburg. Ich denke, da wird der ein oder andere Hamburger sich noch ein bisschen Sonne abholen vor dem langen Winter. Ja, wir bleiben aber zu Hause und hören uns am Montag wieder. Wir bleiben hier. Einer muss ja arbeiten. Einer muss arbeiten, genau. Alles klar, Matthias. Vielen Dank nochmal für deine Einordnung der Themen der Woche, die jetzt auf uns zukommt. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Ich freue mich. Bis dann. Gerne, lieber Timers. Tschüss. Hamburg Aktuell Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2. Uns gibt es immer Montag bis Freitag um 17 Uhr. Vor ein paar Wochen erst hat die Hamburger Tafel eine große Spendenaktion gestartet. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. In mehreren Einkaufszentren bei uns in der Stadt. Das ist auch bitter nötig gewesen, denn der Tafel gehen die Lebensmittel aus. Der Andrang ist aktuell einfach riesig. Warum ist das so und was tun in einer solchen Notsituation, auch darüber spreche ich in unserer nächsten Hamburg Aktuell Ausgabe. Also morgen mit dem ersten Vorstand der Hamburger Tafel, mit Mats Regenbogen, der ist dann zu Gast bei mir im Podcast. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritikfragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch wie immer jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten.hamburg2.de. Ich bin Klimas Benkel. Bis dann. Tschüss. Hamburg Aktuell. Der Stadtnachrichten-Podcast vom Radiosender Hamburg 2.